Willkommen im YouTube-Channel der Bundesdruckerei. Hier finden Sie Informationen rund um die sichere Gestaltung des digitalen Wandels. Dabei beschäftigen wir uns mit Trends im Bereich digitale Sicherheit, E-Government und Industrie 4.0 und befragen Experten zu Themen wie Cyberkriminalität, Cloud Computing oder E-Health. Sichere Identitäten sind die Kernkompetenz der Bundesdruckereigruppe. Die Unternehmen schützen mit Technologien und Dienstleistungen made in Germany sensible Daten, Kommunikation und Infrastrukturen. Die Lösungen basieren auf der sicheren Identifikation von Bürgern, Kunden, Mitarbeitern und Systemen in der analogen und der digitalen Welt. Was bedeutet die Digitalisierung für Sie als Nutzer? Welche Anforderungen stellt der digitale Wandel an Ihrer Organisation? Welche Trends und Themen bewegen Wirtschaft und Gesellschaft? Antworten darauf bekommen Sie hier im YouTube-Channel der Bundesdruckerei.